Hallo und willkommen zu einem neuen Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Wir haben jetzt gelernt, wie wir Textilien animieren können, wie wir Ketten und andere Rigid-Partys mit einer Schwerkraft versehen können. Was uns noch fehlt, ist die Umwandlung zu Visual Mesh. Das bedeutet, dass wir aus unserer Animation Mesh erstellen, das wir dann auch als Objekt ohne Animation verwenden können. Zum Beispiel brauchen wir eine Umwandlung in Mesh, wenn wir mehrere physikalische Simulationen nacheinander machen. Wie zum Beispiel diese Kette hier. Die wurde erst durch Physik in die richtige Position gebracht und danach wurde unser Cloth über die Kette gelegt. Das Ganze in einer Simulation zu machen, ist einmal sehr rechenaufwendig und führt zu unglaublich vielen Fehlern. Da ist das Gewicht der Kette beeinflusst und so weiter. Damit wir hier keine Probleme haben, müssen wir also eins nach dem anderen machen. Damit wir das Ganze nicht auf einer Timeline haben, können wir erst die Kette zu einem physikalischen Mesh ohne Simulation umwandeln und danach unsere Cloth-Animation machen. Die wiederum können wir danach auch wieder in ein statisches Mesh umwandeln und haben dann ein Objekt, das sich einfach exportieren lässt als reines Mesh. Zuerst das Beispiel der Kette. Ich habe die Kette schon mal ohne Physik so hingebaut, dass es schon mal ungefähr so liegen wird, wie ich möchte. Das bedeutet, ich habe sie durch diese einzelnen Ösen gefädelt und sie dann schon mal hier ein bisschen auf dem Boden platziert. Es hilft immer, wenn wir die Kräfte, die auf unsere einzelnen Kettenglieder wirken, minimieren. Das funktioniert am besten, indem wir es nicht aus 20 Meter Höhe fallen lassen, sondern schon mal grob positionieren, dass die Fallgeschwindigkeit sich nicht allzu stark aufbauen kann. Ein weiterer Tipp für gerade Probleme wie diese Ösen, die aufwendig sind für die Berechnung, ist zum Beispiel etwas nachzuhelfen. Es ist zwar etwas tricksen, aber es hilft, der Simulation stabil zu bleiben. Dabei habe ich zum Beispiel diese und diese Öse bei den Rigid Bodies als passiv markiert. Das bedeutet, sie werden nicht links und rechts gezerrt. Am Ende wird das visuell kaum einen erkennbaren Unterschied machen. Aber wir haben weniger Schwerkraft, die von den Seiten mit Zugkraft addiert wird. Unsere Kette ist nun animiert und folgt unserer physikalischen Berechnung. Natürlich haben wir jetzt eine Animation und kein Mesh, das sich hier verwenden lässt. Das bedeutet, sobald wir es exportieren, hätten wir kein Modell, das aktuell genauso dasteht, sondern eine Animation. Damit wir das ändern können, müssen wir unsere visuellen Transformationen anwenden. Nachdem die Animation durchgelaufen ist, habe ich eine Kette, die am Frame 250 genauso aussieht, wie ich es fixieren möchte. Dazu markiere ich meine gesamte Kette und muss als erstes prüfen, dass mein Scale auf allen Elementen korrekt ist, also STRG A, Scale. Als nächstes gehe ich auf Object, Apply, Visual Geometry to Mesh. Danach ist meine Kette fixiert auf der Timeline und ich kann vor- und zurückscrollen, ohne dass sich mein Zustand verändert. Wir können nun auch alle unsere Elemente bis auf die Kette deaktivieren, ein Kettenglied als Active selektieren und mit STRG J joinen. Nun haben wir ein Objekt, welches aus reinem Mesh besteht und überhaupt keine Timeline-Animation mehr besitzt. Für die Cloth Simulation verwenden wir eine normale Plane, die wir in ganz viele einzelne Subdivisions aufgeteilt haben. Wie Cloth Simulation generell funktioniert, könnt ihr rechts oben nochmal nachschauen. Auch hier müssen wir natürlich in Form einer Animation unsere Simulation durchlaufen lassen. Wichtig hierbei ist, umso feiner unsere Subdivisions, umso besser wird es funktionieren, wenn eine Plane als Cloth auf ein aufwendiges Objekt wie eine Kette fällt. Damit wir hier keine Probleme haben, dass unsere Cloth durch die Kette hindurch fällt, gibt es einen Trick. Wir müssen bei der Kette, die natürlich wie alle anderen Objekte einen Collision-Tab hat, müssen wir die Thickness Outer und Inner erhöhen. Dadurch haben wir einen größeren Abstand von unserem Mesh der Kette zu der Kollisionsoberfläche, auf der unsere Plane auftreffen wird. Ist diese zu fein, versucht unsere Cloth in die kleinen Spalten zwischen den Kettengliedern reinzukommen und das kann zu Problemen bei der Simulation führen. Wichtig ist auch, Single-Sided zu deaktivieren. Ansonsten wird sich in den inneren Bereichen der Kette unsere Cloth verfangen und hindurch gleiten. Unsere Animation ist nun durchgelaufen und wir können uns nun einen Frame aussuchen, den wir dann fixieren werden. Wir nehmen hier ebenfalls den Frame 250, klicken auf unsere Cloth und sagen Object Apply Visual Geometry to Mesh. Nun ist unser Mesh fix und wird nicht mehr von der Timeline beeinflusst. Wenn wir nun zurückscrollen, ist sie fixiert und wir können sie weiterhin verwenden als ganz normales Modell. Geschickt ist es, wenn ihr schon vor der Simulation ein UV-Unwrap gemacht habt, was ihr eine Textur anwenden wollt und nicht nur ein Material. Dadurch könnt ihr auf eine komplett flache Plane eine Textur anwenden und somit eine gerade UV-Map, ohne dass ihr hier mit den verschiedenen Falten Probleme bekommt. Noch ein paar Materialien anwenden und es sieht aus, als ob eure Objekte aufwendig modelliert werden. Dabei waren es nur wenige Schritte, die zu solchen komplizierten Meshes geführt haben.